hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen video hier vom landwirtschaftssimulator 19 hier von der hofbergmann muss gerade überlegen so aber wie ihr seht sind wir hier gerade beim kühe melden hier mit den melkobotter und sind auch schon fertig oh ja steigen ein machen wir das hat ok steigen wir das ding wieder ab fährt das wieder zurück die kugel ist raus machen wir den motor aus steigen wir aus und schon ist fertig gemolken feine angelegenheit so aber wir wollen uns heute hier die kälbchen holen die kälbchen holen holen uns mal ein braunes ein schwarzes schwarz weißer so ich denke mal das sollte erst mal hier reichen sieht doch niedlich aus so dann nehmen wir hier mal eine schöne sto ach so ok so denn kriegen die kälbchen mich wenn wir hier raus und geben dass man den kälbchen ok glaubt das musste ich jetzt nicht verstehen ok stellen wir mal die eine seite und nehmen wir den eimer so sollte das nicht passieren man darf halt nicht so schnell laufen man darf halt nicht so schnell laufen man darf halt nicht so schnell laufen aber merkt schon das gewicht das zu einmal haben wir haben wir schon weh genug ok schauen wir mal nach unseren kälbchen klicken so ist doch jetzt nicht in ernst ok nehmen wir doch mal die kanne probieren das doch mal wir haben ja 5000 liter zur verfügung aber ist doch noch ein wenig boogie boogie 120 120 ok sieht ein bisschen creepy aus sieht man über wo sie drin ja 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 wie viel mögen hier rein gehen das müsste eine ganze menge sein da laufe ich mich ja dort okay mal gucken wer braucht noch wasser ja 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 die auf der weile ok rennen wir mal kurz hier runter brechen wir mal ganz schnell mit dem traktor zur weide und hoffen dass hier auch mich reingeht und und rein theoretisch können wir hier die Milch auch mitnehmen können ja gleich noch mal melken und 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 Musik Und holen schon mal hier den Traktor Rein theoretisch müsste das ja funktionieren Genau Oh Oh Ja Fahr mal anders ran Musik 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 Schalten den mal Wieder Ab Den Motor aus Und fahren mit dem Traktor nach Haus Machen wir wieder zu Und düsen zum Hof Und geben das denn erstmal die Kälber Und Müsste ja rein theoretisch funktionieren Genau Gucken wir Super Dann können wir die Milch die hier noch im Tank ist Gleich Mitnehmen Und bringen die erstmal zur Käserei Und Um Und 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 Ah, okay. Voll schön Sachen. Voll schön Sachen. Voll schön Sachen. Voll schön Sachen. Oder kann man da nicht mehr direkt einladen? Wäre eigentlich schade. Voll schön. Voll schön. Voll schön. Okay. Dann machen wir es halt da oben rein. Okay. 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 1. Ok Hm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was soll das? 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 Was soll das?